Hey du! Willkommen bei Super Mario 3D World! Ich bin der Lasse. Wir spielen das Spiel von vorne. Wir spielen mit der Peach, weil Katzenpeach ist die beste Peach. Weiß Bescheid, nicht wahr? Ah, bum 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 macht das. Bum bum bum. Stern am Himmel. Oh, wie schön. Hä? Was? Die Röhre. Klemmnern. Oh, nicht geklemmt. Da kommt aber viel Kram raus. Hallo. Oh, nein. Hilfe. Da ist der Bauer so hart meine Freunde geklaut. Und ich bin dann weggeflogen und so. Und dann passierten Dinge und dann... Oh, nein. Oder ist er? Oh. Schnups. Haha. Schnups. Schummus. 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 DÜ 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 DÜ. DÜ 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 DÜ. Da. Durch die Röhre rennen hindurch. Peach vorne. Ey, die gucken Peach alle unter den Rock. Das ist nicht okay. Huh? Oh? Helfer, Helfer, Helfer. So. Drei Sterne und ein Stempel gibt es in jedem Level. Let's go. Da, 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 da. Dingeling. Der Klingeling. Bist hier unten jemand langgegangen? Woher wäre ich da noch nie langgegangen, da unten? Schwap Nice! Oh no! Oh no! Ponks! Ding ding ding! Hello! Oh no! Ding ding ding! Ding ding ding! Paparada Easy dudes Oh no Oh no Paparada 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 Meow 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 Wow Juliet What a Miau ist so gut. Stempel. Dann hat die Welt Nummer 1 2 ab in die Ärger in der Kupagrodde. Peter. Der 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 Herrt. Oops. This game is going to be the one that I'm going to have to go. It's just a long time to try to hit the next one. It's just a long time to try to hit the next one. I'm going to get the next one. I'm going to get the next one. Ups, das war ganz schön knapp. Das war auch ganz schön knapp. Okay, warum ich so unnötig knapp alles mache. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding! Bounce! Bling! Wahoo! Wahoo! Doo 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 Aus dem Weg, Football Sharks! Aus dem Weg! Juhu! Ich hab hier voll den Stempel verpasst, oder? Egal. Egal. Ich muss nicht alle Stempel machen. Es reicht, wenn ich die, äh, Sterne mache. Ich habe den Schrift. Äh! Juste schön. Ja, ich lasse mal an. miau miau machen die da oben das war nicht gut das war nicht gut aber geschafft nicht gut aber geschafft story of my life gott's the tool thanks thanks Thanks. Oh, wow, 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 wow. Wahoo! Wahoo! Meow! So, machen wir erst den oben. Ich weiß, ich kann mit Freunden spielen und so. Aber wer will mit Freunden spielen, wenn er auch alleine spielen kann? Hoho! Wasserspaß mit Plessy. Dann los. Dann mal los. Dann 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 los. So. Hä, die springen so dann. Ich war. Ding, 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 ding. Bye, bye, Plessy. Wahoo. Wahoo. Meow, meow. Das ist sogar Eingang. Nope. Ich hab alles, was ich brauche, Jungen. Tütütütütütütütü. Ich hab viel Wasser, Spaß, mit Plessy. Nice. Du verpasst. Oh. Händen sind fertig. Wollen wir schon hier sein. Wollen wir schon hier. Das ist so ein Murr, wisst ihr euch, so ein Murrks. Das ist ein Murrks, dass man da nicht mit Fußgeschwindigkeit fliegen muss, sondern langsamer. Pyshy! Gleich, gleich. Einmal probiere ich noch, weil ich es jetzt nicht schaffe dann. Ist das so. Das war's für heute. Ta-da! No way! No way, ey! No way! Jetzt bin ich aber triggert hier. Ja! Ja! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mensch, Plessie. Ja, ja. Du, du, ich tue. La, la, la. Hä, Flemenbräu auch nicht. So. Hier doch. Tschüss, Plessie. Bye, bye. Bye, bye. Schauen Sie nicht mal einprogrammiert, dass sie winkt. Schrecklich. Wahoo. Wahoo. Oha! Donk, 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 donk. Pap, 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 pap. Ich halte an meine Nähe frei. Hmm. Hi! Meow! Au, Baby. Miaut. Das war... Uff. Nicht so gewollt. Da 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 da. Das brauche ich, glaube ich nicht. Im letzten Kiste. Ba, ba, ba. Ja, da wird das nicht gerecht, den Kamek. Ba, 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 ba. Ha, egal. Einfach drücken. Ba, 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 ba. Bank. Wahoo. Das war ein gutes Spiel. Ein richtig, richtig gutes Spiel ist das. Da, 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 da. Wir müssen uns noch mal zu... Captain. Zum Captain. Captain Toad will hoch hinaus. Time for Adventure! Ich weiß, ich kann die Kamera bewegen und so. Und Captain Toad kann ich springern. Ah, wer braucht springen, wenn der Captain ist? KASF- KASF- Passiert. KASF- Dasen. 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 BUENK. TASEN. Die grünen Sterne. Wer wollte noch den Spielautomaten nennen? One up! One up! Naja, besser als gar nichts. Zehn Sternchen bräuchten wir dafür. Hier haben wir. Bowser gibt Gauss. Das Schloss. Man! Wir sind in der ersten Musik. Der Lust auf der Griff geht. Was ist das Lass uns wieder? Wir haben die ganze Rituale. Wir haben auch eine große Rituale. Wir machen den Ritual. Wir machen die Rituale. Oh Gott... Denk... Oh ja, das war Bowie. Oh ja, das war. Jetzt kommt der, der Bowser. Tudu. Guck dir die coole Knarre an. Äh, Karre an. Bowsers coole Karre, ey. Hahaha, guck dir meine Karre an. Guck dir an, wie cool das Ding ist. Tad, schiegel,come man. Geh, guck dir dieu, gote, guck dir meine Karre an. Guck dir, schiegel, schiegel, schiegel. Ja, schiegel, 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 schiegel. Pause. Machen wir die fertig. Ein bisschen Reife verloren. Hey, kann ich nochmal seltsam davon auch nochmal eine Bombe zu werfen? Maybe. Bombe bitte. Dankeschön. Echt. Wow. Oh no. Oh no. Wow. 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 Weg ist er. So strange ist es hier immer. Auch bei 3D Land schon immer ganz am Ende nochmal mehr Zeit gibt. Thanks. Thanks. Thank you. You're welcome. Und das war die erste Welt. Oh. Hol den Hammer raus. Mit der Kraft meines Hammers schüttel ich den wie eine Glocke. Okay. Und dann haben wir eine Röhre. Tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö. Bis mal das millise ist. Eine Röhre. Eigentlich habe ich keine Lust, einen Stempel aufzumachen, aber man muss ja irgendwie. Ich fühle mich irgendwie verpflichtet. Da habe ich keinen Stempel gesehen. Oben in der Küste ist auch nichts, oder? Komm schon. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Aber da war kein Stempel. Da ist der Stempel. Da ist der Stempel. Da ist der Stempel. Da ist der Stempel. Bing. Yeah. Okay. Ich habe das nicht angezeigt, weil ich auch nicht alles gesammelt habe. Da fehlt mir irgendwas hier. Egal. Die Welt 2. Hilfe, Hilfe. Komm, rette mich mal, Mario. Herr Peach. Bitte rette mich doch. Aber dort machen wir nächstes Mal weiter. Ich sag dir, danke, dass du dabei warst. Hier Super Mario 3D World. Ich bin Lasse. Lass ein Kommentar da, lass ein Abo da, damit du nächstes Mal wieder dabei bist. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.